Sie tunen ihre Maschinen, Schrauben am Vergaser und kämpfen um jede Sekunde. Wir sind nicht beim Autorennen, sondern bei der Weltmeisterschaft für Holzfäller. Schnelligkeit, Präzision, Kreativität und auch Kraft. Wer der Champion an der Motorsäge werden will, der muss als komplette Mannschaft für mehrere Disziplinen hart trainieren. Und die Deutschen sind die Favoriten. Wettkampffieber im Freizeitpark Tripsdrill in Baden-Württemberg. 130 Waldarbeiter, die Besten aus 30 Ländern, treten an, um ihren Weltmeister zu küren. Bei der letzten WM in Estland hat die deutsche Mannschaft knapp die Goldmedaille verfehlt. Diesmal will sie aufs oberste Treppchen und er soll es richten. Marco Traber. Bei der ersten Disziplin heute muss er einen Baum fällen. Bevor die deutsche Mannschaft dran ist, legen die Österreicher bei der sogenannten Zielfällung vor. Sie ist die schwierigste von insgesamt fünf Wettkampfstationen. Jeder Starter der dreiköpfigen Mannschaft muss einen Baumstamm in weniger als drei Minuten möglichst punktgenau zu Fall bringen. Verfehlt der Stamm sein Ziel, gibt es Punktabzug. Das schmerzt, denn in keiner anderen Disziplin gibt es mehr Punkte. Ein halbes Jahr Training liegt hinter der deutschen Mannschaft. Jetzt wird sich zeigen, ob sich die Mühe gelohnt hat. Ich hoffe, dass der Baum gut fällt und dass er den mittleren Flock zerschmettert und genau mittig liegt. Knapp 20 Meter lang, reichlich 1000 Kilo schwer. Die Wettkampfstämme aus Fichtenholz sind genormt. Trotz einheitlicher Norm, 100%ig gerade, ist kein Stamm. Man muss den Baum jetzt schon mal richtig ausloten, dass man wirklich die Mittelachse hat von dem Stamm. Und wenn ich dann vorne meinen Fallkerb unten ansetze, also die Fallkerbsohle, das zeigt dir dann im Endeffekt an, wo der Baum hinfällt. Und das ist entscheidend, dann steht der Baum gerade, ist er krumm, hat er irgendwo eine Neigung irgendwo hin, muss ich vielleicht das Ziel überhalten irgendwo mit meinem Visier, aber der passt so und dann ziele ich genau auf den Flock drauf. Jeder Starter einer Mannschaft wird einzeln bewertet. Für die Mannschaftswertung kommen später alle Punkte in einen Topf. Nach zweieinhalb Minuten fällt der erste Stamm der Deutschen. Aber er verfehlt das Ziel. Und damit gibt es nicht die volle Punktzahl. Als letzter Starter muss Marco die verlorenen Punkte wettmachen. Das ist jetzt mal eine Axt, mit der ich den Keil reintreibe, dass auch zum Schluss dann der Baum fällt. Da habe ich einen Keil, einen Plastikkeil, mit dem ich dann den Baum umkeile, wenn er nicht vorher schon kommt. Und da haben wir nochmal zum Stammfuß freimachen nochmal eine Axt, wo man einfach den Dreck schön freimachen kann, schön wegmachen kann. Jetzt starte ich hier, ja? Ja, ja, ich würde gerade eine Startlinie und dann darfst du... Okay. In zwei Metern Entfernung zum Stamm muss der Wettkämpfer in Position gehen. Eine Minute vor dem Start darf Marco seine Motorsäge zum Warmlaufen anwerfen. Höchste Konzentration. Denn jetzt liegt es in seiner Hand, wie die Mannschaft beim Fällen abschneidet. Mit dem Seitenschnitt bringt er den Stamm auf Dicke. Der nächste Einschnitt, knapp über den Boden, entscheidet, wohin der Stamm fällt. Über die Markierungen der Motorsäge peilt Marco den Pflock im Zielgebiet an. Damit weiß er genau, in welchem Winkel und wie tief er den Stamm einschneiden muss. Mit dem Durchstich beginnt die Feinarbeit. Der Baumstamm bekommt über dem ersten Schnitt einen Scharnier eingesägt. Das sorgt dafür, dass der Stamm beim Fall nicht verkantet und damit vom Ziel abkommt. Millimeter sind entscheidend, damit das Scharnier wirkt. Wenn der Keil reinkommt, hängt der Stamm nur noch an wenigen Zentimetern Holz. Jetzt kann der Säger nichts mehr beeinflussen. Marco hat den Mittelpflock nicht getroffen. Damit gibt es auch für ihn nicht die volle Punktzahl. Es gibt hier bei dieser Fällung 400 Punkte und für jeden Zentimeter, den der Baum von diesem Fall weg ist, einen Punkt abzug. Die letzten 30 Zentimeter ist irgendwo, da gehört noch ein bisschen Glück dazu. Die letzten 30, 25 Zentimeter, wenn man dann Glück hat und das passt, an dem Tag, dann passt es auch. Aber das hat jetzt ein bisschen gefehlt, aber okay. Tag 2 bei der Weltmeisterschaft der Waldarbeiter in Trippstrill. Heute stehen die Wettkämpfe im Kettenwechsel und Holzschnitt auf dem Programm. Disziplinen, bei denen es neben Schnelligkeit und Geschick auch auf millimetergenaues Arbeiten mit der Motorsäge ankommt. Nach dem Kampf gestern müssen sich die deutschen Starter voll ins Zeug legen, um sich einen Medaillenplatz zu sichern. Ja, jetzt, soweit ich jetzt weiß, an der Gäste nach der Fälle sind wir mal auf dem fetten Platz von der Mannschaft her. Und ja, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir jetzt abschneiden und wo wir dann stehen. Ich hoffe, dass wir dann zu dem Schluss ein bisschen weiter oben stehen. Drei Disziplinen folgen unmittelbar aufeinander. In einer Stunde muss die Mannschaft damit durch sein. Am Anfang steht der Kettenwechsel. Ready, go! Trotz Schnelligkeit darf er sich keinen Montierfehler leisten, denn mit der Kette muss er die nächsten zwei Wettbewerbe durchlaufen. Der erste deutsche Starter schafft einen absoluten Spitzenwert, sammelt damit wichtige Punkte fürs Team. Nur wer hier unter zwölf Sekunden bleibt, kann ganz vorne mitmischen. Auch Marco Traber will beim Kettenwechsel ganz nach vorne kommen. Im Unterschied zu den meisten Startern wechselt er die Kette mit Handschuhen. Eine Vorsichtsmaßnahme, denn für die kleinste Verletzung beim Wechsel gibt es Strafpunkte. Alles läuft wie am Schnürchen. Aber dann bekommt er die Kette nicht mit dem ersten Griff auf das Schwert und muss nachgreifen. Und auch die letzte Schraube kostet ihm wertvolle Zeit. Rosa, du hast dich gut aus der Affäre gelöst. Hör auf jetzt. Komm. Eineinhalb Sekunden langsamer als beim Training. Marco kann es noch nicht fassen und ist enttäuscht. Mit 16 Sekunden kommt er gerade mal ins Mittelfeld. Zum Ärgern bleibt keine Zeit. Unmittelbar nach dem Kettenwechsel steht der sogenannte Kombinationsschnitt an. Von zwei Stämmen wird dabei eine Scheibe unter Zeitdruck abgeschnitten. Um die Schwierigkeit zu erhöhen, muss die Säge zweimal angesetzt werden. Erst von unten, dann von oben. Je sauberer die Schnittfläche am Ende ist, desto mehr Punkte gibt es. Beim Kombinationsschnitt läuft alles rund. Nach dem Patzer beim Kettenwechsel ist die Welt wieder in Ordnung. Sieht erstmal richtig gut aus. Alle vier Teilnehmer der Deutschlands Warnmannschaft haben dann ihre Stilie. Ja, das sieht ganz gut aus. Scheiß Kettenwechsel. Eigentlich nicht. Ich war zu hektisch, vielleicht ein bisschen zu hektisch. Wollte die Schiene reinschieben und dadurch ist die Kette mitgegangen. Und dann musst du das mal wieder sortieren und das dauert immer deine Zeit dann. Vorhin wechselst du das in elf Sekunden und dann brauchst du da 16er Zeit hin. Das ist immer so ärgerlich. Die Zeit beim Schnitt ist nur die halbe Miete. Zusätzlich kommt es darauf an, dass der Schnitt rechtwinklig geführt wurde. 89,6. Maximal ein Grad Abweichung zum rechten Winkel ist erlaubt, ohne dass es Punktabzug gibt. Das ist 0,4. Das heißt, er ist noch innerhalb von einem Grad. Bis jetzt hat er volle Punktzahl. Um sicher zu gehen, dass der Schnitt sauber ist, messen und protokollieren die Schiedsrichter den Winkel an vier verschiedenen Stellen. Bei jeder einzelnen Messung darf er um nicht mehr als ein Grad abweichen. Nach den Winkeln nehmen die Schiedsrichter die Schnittfläche unter die Lupe. Da mit der Motorsäge von unten und von oben geschnitten wurde, gibt es auf jeden Fall eine Unebenheit in der Mitte. Die darf allerdings nicht zu groß sein. Das ist jetzt die Differenz der beiden Schnitte wird jetzt ermittelt. Er hat bis zu einem Millimeter, bis zu einem Millimeter bekommt er die volle Punktzahl. Alles, was drüber ist, gibt es wieder Punktabzug. Ohne Großluft zu holen geht es auch schon mit dem Präzisionsschnitt weiter. Von zwei Stämmen muss dabei eine Scheibe sauber abgeschnitten werden. Eine Riesenaufgabe, denn unter den Stämmen liegt ein Brett, das nicht eingesägt werden darf. Eine Schicht aus Sägespänen lässt nur erahnen, wo das Brett anfängt. Wir haben alle Faden rein müssen, dass er nicht in die Wohle schneidet. Und damit hat er die Wohle und die Aufenscheibe aufgesetzt. Und damit ist die Zeit für ihn. Volle Punktzahl. Das Brett ist unbeschädigt. Welche Mannschaft das Rennen macht, entscheidet sich erst beim letzten Wettkampf. Beim Entasten auf Zeit können alle Starter noch einmal viele Punkte sammeln. Nach den ersten Hochrechnungen trennt die deutsche Mannschaft nur 40 Punkte von Spitzenreiter Finnland. Auf Platz drei lauern die Schweizer mit nur wenigen Punkten Differenz. 30 Äste sind auf den Hauptstamm montiert und müssen so schnell wie möglich runtergesägt werden. Aber nicht allein die Zeit ist entscheidend. Für jeden Stummel, der länger als 5 mm stehen bleibt und für jeden Einschnitt in den Stamm, gibt es Strafpunkte. Marco hat es geschafft. Die Zeit war gut. Und wenn die Schiris jetzt keinen Fehler finden, kann er viele Punkte zum Mannschaftssieg beisteuern. Als Letzte gehen die Finnen und die Schweizer an den Start. Wer in diesem Jahr den Weltmeistertitel mit nach Hause nimmt, entscheidet sich nach diesem Wettkampf. Reichen die bisherigen Punkte der Deutschen aus? Banges Warten, auch bei den Zuschauern. Aber dann, mit 50 Punkten liegen die Deutschen vor den Schweizern und sind neuer Weltmeister. Genial. Jetzt sind wir da noch Mannschaftsweltmeister. Wow. Ist genial. Einfach genial. 2010 geht es nach Kroatien, um den Weltmeistertitel zu verteidigen.